Junge, was bist du denn für den Brecher, SPC? Klar, dass jeder den machen will. Freunde, diese Foto-Bürstig-Karte von Germany ist heute gekommen. Also, der erste Blick reicht schon, um zu sagen, den sollte man sich auf jeden Fall mal genauer anschauen. Wir schauen uns heute die Karte mal wirklich genau an. Und auch die beste und günstigste SPC-Lösung dafür zeige ich euch heute. Wir starten direkt rein, lasst vorher schon mal gerne ein Däumchen da oben da für das Video und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos auf jeden Fall nicht mehr verpasst. Und jetzt starten wir mal rein. Bitte enttäuscht mich nicht. Peace, Mates! Was geht ab? Und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneutigen Video. Es ist Freitag, es gibt wieder jede Menge Freitagscontent. Das ist das zweite Team hier im Furt Birthday. Und es geht direkt los mit einem 97er Pelé. Wir haben Pirlo, Diabili, oder wie das gesprochen wird, Storchkov, Salah, zwei Ausführungen. Raoul, Mané, De Jong, Nesta, Wright, auch hier zwei Ausführungen. Genauso wie Zanetti, Phil Foden, Goretzka, Mudrik, Reus, Pires, dann eine Dame, dessen Namen ich gar nicht aussprechen kann. Eda Militao und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Team an der Meinung nach. Allein der Pelé, der 97er Pelé, was eine Brecherkarte einfach. Dazu auch eine echte Brecher-SPC, die wir heute bekommen haben. Und zwar geht es heute mal um Chouameni. Also in real life schon ein geiler Spieler. Einer der Real Madrid Youngstars. 2000er Baujahr. Also der Mann ist jetzt auch schon 24 dieses Jahr geworden. 4,5 hat er. 87 Pace, 84 Schuss, 86 Pass, 86 Dribbling, 91 Def, 89 Füße. So eine geile Defensivkarte. Man kann ihn auch als IV spielen, wo ich mir ihn auch interessant vorstellen könnte. Und das ZM, was ich jetzt nicht so wirklich sehe. Also ich würde ihn schon als klaren Sechser oder eventuell auch als IV sehen. Das könnte auch sehr interessant sein. Vor allem mit 87 Pace und 91 Def, Geist ist krank. Die ganzen einzelnen Stats sind auch echt, echt gut. Wir haben eine 92er Sprungkraft, 84 Kopferprozessionen. Und 1,87 ist er groß, da könnte er auch gefährlich werden. 80 beweglich, 81 Balance finde ich für so einen Bodytype echt, echt gut eigentlich. 90 Stellungsspiel, 91 Weitschüsse, 95 Schusskraft, kurzer Pass, 93, langer Pass, 91. Also es ist wirklich ein schöner Sechser, der im Rückraum dann auch mal die Bälle verteilen kann, wenn es sein muss. Er hat auch ein paar Playstyles. Wir haben Abfang hier als Defensiv Playstyle Plus. Und wir haben Kante, Kante, als extra Playstyle Plus. Ich finde es wirklich sehr cool an sich erstmal. Auch das Design der Karte ist wie immer geil. Auch das Bild drauf, richtig, richtig cool. Hart am Schwitzen, der Mann hier. Wenn wir mal drauf schauen auf die SPC, sind es 10 Stück, die wir abgeben müssen. Ein 85er Team, ein Real Madrid Spieler muss drin sein, eine Inform ebenfalls. Dann ein 86er Team mit einem Franzosen. Als Viertes Team ein 87er Team mit einer Inform. Und dann ein 87er Team mit einem La Liga Spieler. Als nächstes ein 88er Team, gefolgt von einem 88er Team. Gefolgt von zwei 89er Teams. Gefolgt von zwei 90er Teams. Also das ist schon eine etwas teurere SPC. Wir haben fast zwei Wochen Zeit, 13 Tage, so bis nächste, also ne, bis übernächsten, ähm, ja, Donnerstag quasi. Das heißt, über Ostern können wir uns hier ran setzen, vielleicht an Ferien. Also den kann man mitnehmen. Und ich würde sagen, damit ihr wisst, was ihr abgeben müsst, womit ihr rechnen könnt, schauen wir uns erstmal gemeinsam die günstigsten Lösungen für ihn an. So Freunde, wir schauen uns jetzt alle, ähm, 10 Teams hintereinander an. Wie immer, das sind Beispiel-Lösungen. Also wenn ihr Modric nicht habt, aber den anderen 87er, dann nehmt ihr den. Und für alle anderen Spieler zählt das natürlich auch. Ich gehe die jetzt alle durch, werde kurz was dazu sagen. Macht am besten Pause, screenshotet das euch ab, schreibt das Spiel euch auf, wie auch immer ihr es möchtet, damit ihr Bescheid wisst. Erstes Team, wir sind noch nicht mal ganz bei 60k, geht meiner Meinung nach noch absolut fit. Team Nr. 2, hier wird es schon teurer, hier gehen wir auf die 70k zu. Ihr seht, schon am Anfang haben wir auch viele 84er und so weiter noch dabei, die das Team auch auffüllen. Die kann man sich auch schnell erspielen, aber auch die anderen Karten. Jetzt geht's los mit dem ersten 100k Team. Und ich bin ehrlich, ähm, wir haben gerade auch bei den Zielen viele Möglichkeiten, uns Packs zu erspielen. Also, die ersten drei Teams jetzt schon, kann man sich auch einfach aus den Packs erspielen, easy. Es sind klar ein paar Workouts dabei, aber noch nichts, äh, Schwieriges. Dann haben wir nochmal ein Team, das sind wir bei knapp unter 100k tatsächlich, aber die Preise schwangen natürlich auch schnell. Das kann auch dann wieder über 100k sein, wenn ihr das Video seht. Dann geht's hier weiter mit dem nächsten Team. Wir haben jetzt so gut wie schon die Hälfte geschafft, aber es wird demnach auch auf jeden Fall teurer. Wir sind jetzt schon bei, ja, um die 150k auf jeden Fall. Aber auch hier finde ich noch, kann man sich alles noch erspielen. Es wird jetzt aber langsam echt schwierig, weil da sind wir schon bei über 200.000 Coins, die wir auf jeden Fall ausgeben müssen, um ihn zu bekommen. Das nächste Team, jetzt gehen wir aber wirklich Richtung Ende zu. Auch hier haben wir die 200.000er Marke gut überschritten, ne. Kommen wir mit zum vorletzten Team, wo wir schon bei der 300.000er Marke angelangt sind. Aber gerade Karten wie ein Courtois, den kriegen wir für 50k und der hat halt ein 91er Rating. Die muss man halt mit reinpacken in diese 90er SBCs. Aber wie gesagt, seht ihr schon, die sind auf jeden Fall machbar. Und auch das zweite Team kann man ja fast schon quasi eigentlich ja kopieren, weil die Anforderungen gleich sind. Haben wir das erstmal so weit, haben wir die SBC fertig. Müssen aber nochmal nachdenken, ob sich das wirklich lohnt. 1,6 Millionen müssen wir für den Mann ausgeben, ihr seht's. Und da muss ich sagen, hu, das ist ganz schön viel. Klar, ein geiler Sechser, geile Werte. Er ist Franzose, er spielt bei Real Madrid, also Top Nation, Top Liga. Am 4-5 für den Defensiv-Mann hat man auch nicht so oft. Plus, cooles Feature, er kann auch IV spielen. Aber, 1,6 Millionen, fast 1,7 Millionen Tendenz steigend, ist meiner Meinung nach ganz schön happig. Weswegen es nur eine Option gibt, wo ich sage, okay, da lohnt es sich, der mitzunehmen. Und zwar, wenn ihr dumm seid. Nee, Spaß. Ist wie gesagt eine coole Karte, aber nur mitnehmen. Wenn ihr wirklich jetzt sagt, ich habe massiv viel SBC-Futter, der tut mir gar nicht weh. Und wenn ihr ihn wirklich ercraften könnt, dann coole Sache. Aber auf keinen Fall irgendwelche Coins hier reinstecken. Denn ihr müsst überlegen, wir sind erst am Anfang von Team Nummer 2 im Footbirthday. Da kann noch einiges kommen, wo ihr sagt, ey, die hätte ich lieber gemacht. Zum Beispiel ist auch eine SBC von Franck-Marie gekommen, die wir uns dann in dem Video auch nochmal genauer anschauen. Wir haben 13 Tage Zeit. Ich würde eurer Stelle erstmal abwarten. Ihr habt, wie gesagt, ein paar Tage Zeit zu warten. Was kommen noch für SBCs? Um euch nochmal etwas besser zu überlegen. Denn dort, bei über 1,6 Millionen Coins, würde ich wirklich nichts überhassten. Da kann man auch ein bisschen langsam rangehen. Wie gesagt, Franck-Marie ist auch aus SBC gekommen. Die schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal mit an im Anschluss. Das Video kommt jetzt ein paar Minuten später danach, dem auf jeden Fall online. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare zur Joarmeni SBC. Lasst mich gerne nochmal ein Däumchen nach oben da. Abole den Kanal, aktiviert die Glocke. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde mich mega freuen. Und sehen wir uns selber halt zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen Video. Bisschen rein ab und nichts gesicht. Denn das tut weh. Mal kurz für das Video am Ende. Es gibt, by the way, auch gerade diese Karte Savanir. Kann man nicht 100% vergleichen. Nur falls ihr ihn in der ZM-Position spielen wollen würdet, den Joarmeni. Dann könnt ihr auch ihn mit dem. Hat halt nur eine 88. Die Stats sind etwas schlechter. Aber auch so gut wie Roulette Gangstats. Und er hat sogar 5 Sterne, 5 Sterne. Spielt auch in der Top-Liga. Und ist ebenfalls Franzose. Wollte ich es noch mal am Ende so gesagt haben. Wie gesagt, kann man es nicht 100% vergleichen. Aber diesen Savanir gibt es. Und den könnt ihr euch gerade, wie gesagt, erspielen innerhalb von 4 Aufgaben. Nur, damit ihr es auf jeden Fall wisst. Und jetzt ist das Video wirklich zu Ende.